Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Informationsvideo. Also für alle die es noch nicht wissen, heute um Mittwoch, heute um Mittwoch, heute am Mittwoch um 14 Uhr geht es wieder mit dem Livestream los. Heute Clash of Clans, zwei Stunden lang. Und weitere Informationen noch zu dem Ascension Squid 4 wird heute leider nicht rauskommen, da ich einen Computer Crash die Nacht hatte und deswegen nicht mehr hochladen kann. Also ich kann es nur noch hochladen, aber ich schaffe es nicht mehr. Und ja, Magic Mine wird erstmal voraussichtlich jeden zweiten Tag kommen, bis ich weiß, wie viel ich aufnehmen kann davon. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nachher beim Livestream.